Ich würde gerne anhand von ein paar Folien zeigen, welche Themen in diesen Nachwuchsführungskräften von Nutzen sein könnten. Was ist das Ziel dieser Ausbildung? Wir haben Teilnehmer, die gemischt sind, und trotzdem müssen sie einen zuständigen Bereich ihrer Arbeitstätigkeit führen und auch weiterentwickeln. Sie sollten aber in der Lage sein, die schwierigen Situationen, die unmittelbar passieren, zu einer praktischen Lösung führen können. Und das möchten wir im Vordergrund setzen. Ich habe ein paar verschiedene Themenbereiche drin. Der erste Themenbereich ist die eigene Führungspersönlichkeit. Als allererstes fangen wir an und schauen in einem ersten Block, wie ich als Person bin, was sind meine Eigenschaften, was haben die Leute für Erwartungen an mich, auch die Vorgesetze oder die Mitarbeiter. Also ich gehe in eine Selbstanalyse hinein. Und dort gibt es sicher immer Entwicklungsfelder, die ich nachher führernnehme in die Ausbildung, um zu verändern. Dazu hilft uns dann auch ein bisschen ein psychologischer Teil, den wir da vom C.G. Jung haben. Verhaltens- und Präferenzprofil. Da lernt man sich wirklich ganz gut kennen, wie man als Persönlichkeit dann auch ist. Zudem geht es also um die zusätzliche Belastung zu meistern, Selbstmanagement, also Zeitmanagement, aber auch um ein Work-Life-Balance zu leben. Der zweite Teil geht es dann um das Führen von Team und Mitarbeiter. Das haben wir jetzt mehrmals gesagt, schwierige Führungssituationen zu meistern und sofort aufnehmen und zu einer Lösung führen. Dazu gehören auch Konfliktgespräche. Wenn Konflikte entstehen, nicht warten, bis sie sich selber lösen oder bis sie eskaliert, sondern eben das Lernen aufzunehmen und dann auch da wiederum zu einer Lösung führen. Dann führen wir durch Zielvereinbarung. Das sind Gespräche, Mitarbeitergespräche, die man lernt zu machen, Qualifikationsgespräche, alles, was da dazu gehört. Also ihr seht, da ist sicher auch ein grosser Teil, wo man dann die Führungsinstrumente zur Verfügung stellt. Dann das Thema Feld 3 wäre für mich das Teamverhalten, Teambildung. Da geht es darum, was macht eigentlich ein gutes Team aus, ein Spitzenteam, was haben wir für Verhaltensmuster, da gibt es halt die unterschiedlichsten Menschen zum Glück, und wie können wir die gut integrieren, was können wir machen, dass wir eben eine grosse Gruppendynamik erreichen können. Oft stellen wir auch fest, dass die Sitzungen nicht sehr effektiv geleitet werden. Also in diesem Kurs muss man auch lernen, wenn man als vorgesetzter Mitarbeiter effizient, effektiv an einer Sitzung führt und die auch da wieder zu einem guten Resultat bringt. Zu der Zielbildung, Organisation, Motivationsevent, würde ich nachher noch etwas sagen. Das Thema Feld 4 ging es dann mehr um Kennzahlen. Das können Zahlen im Sales oder im Aftersales sein, halt übergreifend. Grundlegende Kennzahlen im Auto gewährten. Gibt es kleine Kalkulationsbeispiele, die zu lösen sind, also Anschaffung von einer neuen Maschine, was heisst das nachher, wie muss ich mit dem können, wie muss ich die amortisieren können. Oder auch im Verkauf, wenn ich neue Systeme muss haben, was heisst das dann, das werden wir dort miteinander erarbeiten können. Ein eigenes kleines Kontrollsystem und zwar nicht etwas aufwendiges, drei, vier Punkte, die ich wöchentlich, vielleicht monatlich kontrolliere und in meinem Team weitergebe. Also eine Art des Cockpit. Und dann sollte ich auch noch ein bisschen Bescheid wissen, wenn ich ein Budget von der Finanzabteilung bekomme. Ich müsste verstehen können, wie das zusammengestellt ist und was ich daraus machen kann, welche Hebel ich ansetze, um das zu beeinflussen. Ich bin bei Führung- und Personalentwicklungsinstrument. Eventuell muss eine junge Führungskraft auch bereits schon bei der Selektion dabei sein. Vorstellungsgespräche sicher vorbereiten, vielleicht beim Gespräch auch dabei sein oder gar leiten. Dann geht es aber sicher darum, dass ich ein Einführungsprogramm planen kann für neue Mitarbeiter, dass die Motivation hoch bleibt. Der letzte Punkt, Kündigungsgespräch, gebe ich zu, ist jetzt ein bisschen eine höhere Stufe. Aber ich glaube, es schadet nichts, wenn man mal etwas vom Schwierigsten anschaut, nämlich wie muss ich vorgehen bei einer Kündigung. Das ist dann mehr ein bisschen, um sich selber da gedanklich vorwärts zu bringen. Und schlussendlich das Thema 6. Es braucht rechtliche Aspekte da drin. Einerseits haben wir Führungsverantwortung, auch das Arbeitsrecht, dass wir da grundlegende Sachen machen können, aber auch im Alltag, sei es im Verkauf oder in der Werkstatt, kommen wir wieder an Situationen, in denen man es nicht richtig machen könnte, nachher grosse Auswirkungen haben. Dazu gibt es Praxisfälle, die man lösen tut, Sachen, die aus dem Garagegewerb sind, die hier passiert sind. Und das gibt den besten Lerneffekt. Ja, das sind so die 6 Themenbereiche. Wenn man es in der Zusammenfassung nochmal anschaut, gibt es, wenn man pro Block etwa 2 Tage nimmt, gibt es die ca. 12 Tage, die die Ausbildung dauern würde.